Moin moin liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex, ja, und heute geht's mal wieder um eine Top Ten, und zwar, ja, meine Top Ten Horrorfilme. Ich werde euch gleich auch noch ein bisschen was erzählen, weshalb mir das mit der Liste nicht ganz so einfach gefallen ist, hat seine Gründe, aber egal, nach dem Intro legen wir dann los. Ja, ich fange mal kurz damit an, bevor wir die Liste hier durchgehen, ich muss sie nochmal sortieren. Und ich glaube, die Liste, da werden ein, zwei Leute definitiv den einen oder anderen Film vermissen und bei dem einen oder anderen Film fragen, what the fuck. Mir ist das etwas schwer gefallen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich, ich wollte erst wirklich rein Horror machen, wirklich, wo es nur um den Horror geht und blutige Effekte mal so ein bisschen ausklammern, wobei blutige Effekte halt ja zum Horrorfilm durchaus dazugehören können, wenn es passt. Das Ding ist, ich wollte hier so ein bisschen das vom reinen Splatterfilm trennen, weil wir haben natürlich einige Filme, die super blutig sind, super splatterig sind, auch vom Genre definitiv Horrorfilme sind. Ich nehme hier als klassisches Beispiel, kann ich gleich sagen, der ist nicht drin, Braindead. Braindead ist absolut erst Klassiker, großartiger Fun-Splatter und der, das muss man tatsächlich auch sagen, natürlich als Zombie-Film ein Horrorfilm ist. Aber, und deswegen, damit dann auch diese Liste nicht mit den Top-Ten-Splatter-Filmen sich zu sehr deckt und mit einigen anderen Listen vielleicht zu sehr deckt, ich wollte ein bisschen dieses Thema Horrorfokus, dass ein Film gruselig ist oder atmosphärisch, spannend ist, irgendwo auch ein Stück weit verstörend ist, und vielleicht auch ein bisschen an einigen Ständen tiefenpsychologisch wirkt, darauf eher den Fokus setzen. Das Dumme ist, wenn ich jetzt Sachen, die sehr splatterig sind, von vornherein ausklammere, wird es schwierig. Und ich will gar nicht ausschließen, dass ich hier vielleicht für manch einen, von der Einschätzung her, den Cut ungünstig gesetzt habe, einigen Werken. Aber egal, ihr wollt ja wissen, was Top-Horrorfilme sind und nicht, was ich mir immer zwingend dabei gedacht habe. Auf Platz 10 ist ganz einfach für mich das Ding aus einer anderen Welt. Ja, der ist nur auf Platz 10, aber John Carpenter's Film ist halt auch wirklich ein absolut fantastischer Horrorfilm. Einerseits haben wir natürlich hier diesen Body-Horror-Aspekt, natürlich auch mit sehr blutigen Effekten und auch schon ein paar Ekeleffekten und guten Schocksequenzen, wo dann auch viele Leute sich sicherlich gut erschrecken. Aber für mich funktioniert das Ganze vor allem aus dieser Atmosphäre des Misstrauens heraus, dass da irgendwas in den Körpern der Leute steckt und sie wissen nicht, bei wem es ist. Sie wissen vielleicht teilweise nicht, ob es bei ihnen selber schon so weit ist. Und ja, dadurch diese Atmosphäre des Misstrauens, diese Spannung, in wem ist das Ding? Schaffen es die Leute, dass man es identifiziert besiegt? Es ist halt wirklich unendlich geiles Spannungskino. Und ja, von daher, das Ding aus einer anderen Welt gehört definitiv für mich gesehen in diese Liste rein. Auch wenn es nur Platz 10 ist. Ja, auf Platz 9. Habe ich Dawn of the Dead von George A. Romero. Und ja, sagen wir es mal so, der Film hat jetzt vielleicht wenig, ist nicht unbedingt so gruselig. Hat auch meiner Ansicht nach jetzt nicht so viele Schocksequenzen, dass man sich da erschrickt oder so. Aber Stichwort Atmosphäre punktet da bei mir definitiv. Weil wir haben natürlich mit diesem Einkaufs-Shopping-Mall, in der sich hier unsere Leute verschanzen, schon so eine Atmosphäre der Einsamkeit. Weil die gehen da ihrem Ding nach in dem Einkaufszentrum. Natürlich sind da zwischendurch Zombies, die unterm Strich immer eine permanente Bedrohung darstellen. Und natürlich hier ein bisschen die gesellschaftliche Seitenhiebe. Und auch die Konsumgesellschaft. Jetzt mal ein ganz plumpes und oberflächliches Reading. Deswegen, ich sag mal, die Metapher versteht man dann, oder die Analogie, Konsum-Zombies, die sich an den Konsum-Tempel drängen und einfach nur rein wollen und konsumieren wollen. Kann man natürlich auch wesentlich tiefer gehen, da interpretieren viele Szenen. Deswegen hat George A. Romero hier natürlich auch wieder einen ganzen Part Gesellschaftskritik mit eingebaut. Das ist ja nur ein kleiner Faktor, was ich eben gesagt habe. Aber ich finde gerade auch diese Atmosphäre des Weltuntergangs. Man muss sich das vorstellen, dass man wirklich tagelang und länger in so einer riesen Mall lebt. Und quasi zu viel da alleine ist, außerhalb die Zombies. Und ja, diese Einsamkeit, die sich da breit macht, das spürt man in dem Film schon. Und dass das natürlich auch einerseits vielleicht erstmal ein bisschen Freiheit bedeutet, und andererseits natürlich auch ein Stück weit psychische Strapazen. Und ja, ich sag mal, die Welt, man ist ja auch von der Außenwelt abgeschieden und es ist quasi in diesem Mikrokosmos erstmal bis zum Showdown dann die Welt untergegangen. Man ist da ein Soul Survivor, die vier, nicht der Einzige, aber sind da zu viert. Und ja, das ist schon, das wirkt schon nach. Und deswegen, also Dawn of the Dead braucht man, glaube ich, keinem erzählen, warum das ein absoluter Klassiker ist. Es ist ein super Film, auch wenn natürlich die blaugesichtigen Zombies nicht am besten gealtert sind. Aber gut, es ist ein toller Film. Und hier auch in meiner Lieblingsfassung, dem Argento Cut. Das ist tatsächlich der Einzige, den ich auf Blu-ray habe. Die anderen habe ich teilweise nur auf DVD, vom Final Cut über den Directors Cut über den Romero Cut. Ich mag aber aufgrund des Scores und auch vom Pacing, wie er zusammengeschnitten ist, tatsächlich den Argento Cut am liebsten. Kommen wir damit zu Platz Nummero 8. Platz Nummer 8. Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Ich weiß, da werden jetzt einige sicherlich Steine werfen nach dem Motto, wie kann der das besser als Dawn of the Dead finden? Persönlicher Geschmack halt. Nein, aber Lucio Fulcis Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, natürlich offenkundig auch im Trip, also so ein Trittbrettfahrer von Dawn of the Dead hier. Und naja, man merkt das an vielen Stellen auch, dass, aber der hier hat dann halt zusammen mit Zombies das richtig losgetreten. Das ist der Trittbrettfahrer, aber ich glaube, der hat gezeigt, dass, naja, da ein Rip-Off zu machen einfach bombastisch funktioniert. Naja, und wie gesagt, deswegen hier, ne, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, absolut bombenteil. Ich fange, weil ich diese Italo-Atmosphäre mag, dieses frühe 80er Italo-Atmosphäre. Ich liebe es und ich behaupte jetzt einfach mal, für mich persönlich hat kein italienischer Horrorfilm, auch wenn die viele, die diese klassische Atmosphäre haben, keiner hat das so geil auf den Punkt gebracht, wie hier Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Der ist halt einfach großartig, meiner Ansicht nach. Natürlich driftet der in vielen Punkten auch in diesem Bereich Splatter mit ab, weil zum Beispiel und ein paar andere Szenen natürlich, es ist halt ein Lucio Fulci und zu dem Zeitpunkt hat Fulci natürlich auch gerne mal ordentlich drauf losgesplattert. Aber es ist hier halt, zum Beispiel im Vergleich zu Braindead, tatsächlich der Punkt, der Film hat wirklich eine richtig schöne Horrorfilm-Atmosphäre. Und ja, da kann auch ein Zombie mit einem Hai kämpfen, das ändert da nichts dran, dass ich den hier einfach so atmosphärisch so dicht finde und so schön finde, was das angeht. Ne, Horrorfilm-Atmosphäre ist halt einfach Bombe. So, dann haben wir Die Fliege auf Platz 7 von David Cronenberg. Und das ist zwar jetzt auch ein Film, der nicht unbedingt gruselig ist, aber dessen Horror, wie es häufig bei Body Horror ist, natürlich, ich sag mal, blöd eine Nummer tiefer geht, teilweise. Ich weiß, ich habe den auch schon bei den Top 10 Remakes auf Platz 2 gesetzt, weil es ja ein Remake ist. Nein, aber der ist für mich halt auch wirklich erstmal, für mich persönlich, David Cronenbergs bester Film. Und ich finde das so, Jeff Goldblum und Gina Davies sind beide großartig in ihren Rollen. Und ja, diese sich anbahnende und entwickelnde Beziehung zwischen den beiden funktioniert wirklich gut und verpasst der Geschichte natürlich dadurch noch mehr eine persönliche Komponente und auch noch mehr eine dramaturgische, ohne das würde der dramaturgisch, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Dann hätten wir einfach nur diesen nerdigen, vielleicht gefühlskalten in dem Falle dann, Mad Scientist. Das funktioniert gerade durch diese Geschichte, die die beiden da haben, auch so gut. Und wie gesagt, das ist auch klasse gespielt. Effekte sind natürlich auch blutig, ekelhaft, ja. Ja, aber vor allem dieser Horror, dass halt hier, ja, nicht nur der eigene Körper sich so massiv verändert, sondern auch, und das ist ja das, was dann wirklich tiefer geht, dass sich halt auch der Mensch an sich verändert. Nicht nur der Körper äußerlich, sondern auch die Persönlichkeit. Dass halt, ja, Seth Brundle dann merkt, er wird immer weniger Seth Brundle und mehr Brundle Fly, also auch im Kopf. Und, ja, das hat schon auch eine ganz tragische Komponente und erinnert dann auch in mancher Hinsicht natürlich auch ein bisschen an Franz Kafkas die Verwandlung. Bloß ohne, jetzt kommen die Steine von den Literaturprofessoren, die Daddy-Issues. Und, ja, so, dass ich das wirklich gut finde, weil die Verwandlung ist so, wenn man das lesen und interpretieren und das und jenes im Deutsch-LK machen muss, das ist halt ein bisschen nervt. Ja, aber die Fliege, großartiger Film. Ja, dann, auf Platz 6 etwas, was sicherlich bei den meisten Leuten in der Top 10 auftauchen wird. Vielleicht sogar ein bisschen weiter oben, so auf dem Treppchen. Aber das ist dann halt persönlicher Geschmack und ich muss auch sagen, das ist hier bei allem wirklich eng gestaffelt. Das ist jetzt nicht, dass Platz 10, 9, 8 sind und der Rest, dass da so eine riesen Kluften zwischen sind. Das ist alles sehr nah beieinander und das bleibt auch hier bei den weiteren Filmen natürlich so. Was auch erklärt, weshalb einige Filme denn vielleicht nicht drin sind, werde ich auch noch drauf kommen dann. Ihr wollt wissen, was Platz 6 ist. Es ist Der Exorzist Teil 2. Man hat gleich gemerkt, das ist ein Scherz. Nein, natürlich der erste Exorzist. Versucht das mal. Der Exorzist Teil 2 nicht machen zu müssen. Nein, also Der Exorzist, es hat einen guten Grund, warum der auch jetzt für über 50 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch so hoch gehandelt wird im Bereich Horrorfilmen. Weil der einfach fucking fantastisch ist. Ich meine, ich kann mir das nur vorstellen, wie das in den 70ern gewirkt haben muss auf das Publikum, was da relativ unbedarft ist. Und dann haben wir hier ein kleines besessenes Mädel, das nicht nur rumkotzt, dessen Kopf sich dreht, die einen Spiderwalk macht und ziemlich Unflätigkeiten rausbollert. Damals, das hat Leute massivst schockiert und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie krass das wohl gewesen ist für viele Leute. Aber jetzt ist tatsächlich der Punkt. Der Film hat von so einer Faszination nichts eingeblüßt. Auch wenn man die ganzen Tropes kennt, weil der Film sie halt erschaffen hat und das dann immer gerne wieder übernommen wird. Deswegen kennt man das heutzutage, weil der so viel Einfluss hatte, der Film. Es funktioniert aber immer noch ganz gut, weil die Horrorsequenzen und so und die Schocks und das, was gruselig ist, einerseits grandios inszeniert ist, andererseits aber auch, weil natürlich da auch noch tiefergehende Komponenten wieder eine Rolle spielen. Und ich habe Exorzist-Bekenntnisstand des Aufnehmens dieses Videos noch nicht gesehen. Ich weiß auch noch nicht, wann und wie und ob ich mir den antun. Ich werde mir sicherlich antun, aber ich weiß noch nicht, wann und ob ich das möchte. Nein, das Ding ist, der hatte von einigen Leuten ein bisschen Flack kassiert, weil er halt eine Sache, die das Original hier super macht, beschissen macht. Und der ist dann so ein bisschen erstellt, dieses Thema Glaube als, ja ich sag mal, Lösung des ganzen Problems da. Und hier, das ist eigentlich das, neben dem besessenen Mädchen und dem Horror und so, was wirklich, wirklich Substanz hat, was den Horror angeht. Und das ist hier halt eben die Religiosität und der Verlust der Religiosität und die Beschäftigung mit dem Thema ist, seitens einer Person, die sich an sich irgendwo auch über den Glauben mit definiert. Und das ist natürlich schon heavy vom Thema her und das bringt der Film halt absolut fantastisch mit rüber. Und das ist, wie gesagt, absolut ein großartiger Horrorfilm. Und dass der hier nicht weiter oben ist, das ist nur, bin ich ehrlich, das ist so hauchdünn und nur persönlichem Geschmack geschuldet. Und ich möchte jetzt eigentlich mit Platz 5 nicht weitermachen, weil wenn ich den hier auf Platz 6 stelle und jetzt meinen persönlichen Platz 5 in die Kamera halte, werde ich wahrscheinlich erst mal Unverständnis ernten. Manch einer kann es sich jetzt vielleicht denken. Cannibal Holocaust. Ja. Das muss ich, glaube ich, jetzt erklären. Ich habe einige Filme tatsächlich nicht mit drin, weil es sind Horrorfilme, also mit sehr deftigen Splatteranlagen, habe ich am Anfang erwähnt. Und zum Beispiel Braindead hat für mich einfach, auch wenn es ein Horrorfilm ist, wenn ich diesen Horroraspekt ein bisschen hier mit in den Fokus zerren möchte, ist Braindead halt einfach ein bisschen raus. Ich spoiler schon mal. Tanz der Teufel kommt auch nicht vor. Es ist so ein Stück auch an der Liste vorbeigeschrammt, wie einige andere Filme. Ich bin ehrlich, das Ding aus einer anderen Welt, ich hasse das mit den Punktwertungen, ist für mich so ein 9 von 10 Film. Und es gibt eine ganze Menge 9 von 10 Filme, die wirklich für mich wirklich so ein Minifitzelstückchen hinter das Ding aus einer anderen Welt stehen und deswegen nicht in die Liste gekommen sind. Wozu denn zum Beispiel auch gehört Tanz der Teufel? Großartiger Film. Das Ding ist, Evil Dead, also das Original Tanz der Teufel, das Remake ist übrigens auch, wie gesagt, großartig. Das Original Tanz der Teufel zum Beispiel schafft es ganz knapp nicht in die Liste. Ich sehe schon, ich mache jetzt nicht Platz 5, sondern Honor of the Mansions. Aber es hat einen Grund, ich muss das ja hier erklären. Schaut es ganz knapp nicht in die Liste. Auch weil hier manchmal der Splatter ein bisschen im Vordergrund steht und ein bisschen, ich sage mal, der Irrsinn im Vordergrund steht. Und die reine Atmosphäre und der reine Horror halt auch sehr überspitzt ist. Und dadurch, ich sage mal ganz blöd, was das Thema Grusel, Schock und sowas angeht, also wirklich, dass man sich erschrickt oder wirklich spannend mitfiebert. Es kommt halt bei anderen das Ding nicht ran. Auch wenn der Film andere Qualitäten hat und einfach auch Fun macht und eigentlich auf einer Ebene mit hier um meinen Platz 10 locker schwebt. Bin nicht sogar noch ein bisschen höher. Ebenso hat es nicht ganz reingeschafft, dass Texas Chainsaw Massacre, was auch ein absolut bombastischer Film ist, der auch wirklich eine richtig dreckige, räudige Atmosphäre hat. Und in der Hinsicht eigentlich perfekt für die Liste wäre, aber es nicht ganz geschafft hat. Muss ich aber trotzdem erwähnen, bombastischer Film. Es gibt mehrere davon, die wirklich absolut grandios sind, es aber so ein Stück nicht in die Top 10 geschafft haben. Und vielleicht auch manchmal, weil ich einfach sage, da fand ich zum Beispiel bei einigen hier vielleicht den Horroraspekt etwas besser. So und jetzt muss ich irgendwie halt hier die Nummer 5 begründen. Es war tatsächlich einer der Filme, bei denen ich überlegt habe, wenn du die Top 10 Horrorfilme machst und Splatter nicht ausklammest, ist der drinnen. Weil es ist für mich halt auch so ein Film, der für mich so, ja wirklich so ganz knapp, also so knapp unter der 10 von 10 ist, sodass er aber aufgerundet wird auf 10 von 10. Weil es für mich persönlich ein Meisterwerk, auch wenn es natürlich definitiv seine Schwächen hat. Habe ich ja auch im Review damals vor etlichen Jahren mal so ein bisschen begründet, dass ich den Film so Meister finde, weil er eben auch Schwächen hat. Dem, was er kritisiert teilweise unterliegt, aber es ist für mich einfach, will ich sagen, ein sympathischer Film, das wäre falsch. Aber es ist halt wirklich der Halt nach. Und ich muss es jetzt einfach mal so sagen, ja das ist natürlich in erster Linie auch ein sehr, sehr brutaler Film, der eigentlich eher denn wie Branded, sage ich mal, ein bisschen mehr, ja der Horroraspekt ist durch die Kannibalen da, aber eigentlich eher die Splatter-Ecke ist. Das Ding ist allerdings, die Art und Weise, wie Rogiro Deodato hier wirklich drastische Szenen, die definitiv nachhalten, und ich rede hier nicht nur von den Tiersten auf Szenen, die natürlich, ja, dem Film jetzt nicht unbedingt helfen, aber diese Gewaltszenen, die er hat, diese Kontrastierung mit diesem, einfach ohne Soundeffekte, diesem stumpfen, düsteren Score von Ritz Otto Lani, das Halt nach, finde ich zumindest. Andererseits auch weiter diese Kontrastierung, da ist der Kontrast eigentlich, zu den ruhigeren Szenen, wo Ritz Otto Lani Score auch wirklich das sehr harmonisch, träumerisch, fast so wunderschön hat, dieser Kontrast. Wie gesagt, das Halt, bei mir zumindest persönlich, auf einer gewissen Ebene nach, das ist Bombe. Ich muss auch sagen, ohne den Ritz Otto Lani Score wäre Cannibal Holocaust für mich auch kein Meisterwerk mehr. Und wäre immer noch ein sehr, sehr starker Film, immer noch der beste Kannibalen-Film, aber der Score macht es ja, was das angeht. Das Ding ist dann auch auf einer inhaltlichen Ebene, ich nenne das mal jetzt so ein bisschen die Stephen King School of Horror. Hat natürlich mit Stephen King nichts zu tun, aber ein ganz Teil des Horrors besteht hier auch aus dem Part, dass... Wir haben am Anfang ja quasi den Abenteuerfilm und wir kriegen dann halt mit, was die Filmcrew da eigentlich gemacht hat aus Sensationslust. Und wozu Menschen? Deswegen meine ich die Stephen King School of Horror. Es ist ja gar nicht die Kannibalen, die hier Leute fressen und töten. Das ist eigentlich gar nicht das, was den Horror ausmacht bei Cannibal Holocaust. Es ist halt wirklich das Verhalten der Filmcrew, die wirklich effekthascherisch ihre Story, die sie erzählen wollen, an erster Stelle stellt, fuck auf die Menschen. Und dass das genau das ist, was halt viele Menschen dann auch lieber bevorzugen. Man sieht es ja in den sozialen Medien auch tatsächlich. Ich muss irgendwann mal ein neues Review zum Film machen. Aber diese Niederungen, zu denen Menschen fähig sind, und das ist ja, denkt man sich ja hier nicht aus, auch wenn die Geschichte fiktiv ist, dazu sind Menschen fähig. Und das ist eigentlich, wenn man sich das mal wirklich durch den Kopf geht, das ist ein Gedanke, da sollte es einen schütteln. Und dann haben wir noch einen dritten Aspekt, weshalb ich hier wirklich auch einen enorm starken Horrorpart sehe, mehr als zum Beispiel bei Fansblätterfilmen. Und das ist halt auch die reine Immersion des Ganzen. Bei vielen Found-Footage-Filmen haben wir das ja so, dass die Immersion so wie hier ist. Wie das hier umgesetzt ist, die zweite Hälfte des Films mit dem Filmmaterial, das ist halt Immersion. Die ist wirklich gelungen. Und gerade am Ende, als die dann ihr Ende finden. Deswegen wirkt der Film auch so nach, finde ich persönlich zumindest. Und ich glaube, das ist halt auch ein Film, wer den gesehen hat, das ist halt ein Film, da vergisst man viele Sachen nicht. Die blenden sich ein bisschen ein. Nicht im Sinne, dass man traumatisiert ist, sondern man erinnert sich einfach dran, weil es so nachhalt. Und deswegen gehört der Film hier mit rein, dass er jetzt halt knapp vorm Exorzisten ist. Ich muss den Exorzisten auch nochmal gucken, aber es ist halt einfach... Ich habe einfach eine Schwäche für diesen Film, weil ich ihn so klasse finde. So, genug gerechtfertigt. Wie gesagt, ich muss irgendwann nochmal ein Review zu dem Film Neues machen. Damals war das ja noch so ein bisschen... Da war ich frisch bei YouTube und hat so ein bisschen so... Ich möchte diesen Film nicht bewerben. Die Technik war ja auch noch unausgereifter als jetzt. Also meine Technik hier. Aber gut, kommen wir zu Platz 4. Und zwar... Gucken wir kurz auf die Uhr. Ich muss langsam mal hier... Aliens der Zeit. Und ja, es ist jetzt auch wieder eine Controversial Choice, sicherlich für manche. Nicht, weil irgendjemand sagen würde, Aliens, die Rückkehr ist scheiße. Das wird, glaube ich, kaum einer sagen. Sondern, dass halt so Sachen wie TCM oder so hier nur so ein bisschen zwischendrin mal Erwähnung gefunden haben. Nachhaltig sind so knapp gescheitert. Hier ist aber auch wieder, habe ich ja gesagt, Cannibal Holocaust ist schon eine sehr stark persönliche Präferenz. Trifft es hier halt tatsächlich auch bei Aliens. Weil bei Aliens könnte man jetzt diskutieren, beim zweiten, inwieweit ist es noch wirklich reiner Horror? Oder Sci-Fi-Horror? Und inwieweit ist es vielleicht schon Action-Horror? Ist ein schwieriges Thema. Dass es ein absolut genialer Film ist, Aliens, die Rückkehr steht für mich fest. Ich finde es hier aber trotzdem, haben wir auch viele Parts, die natürlich, wenn man auch ein bisschen drüber nachdenkt, wirklich gut als Horror funktionieren. Und die Xenomorphen sind natürlich, ja, einfach nur so ein Thema vom Design her, zu dem, wie sie funktionieren, wie sie inszeniert werden. Das ist natürlich absolut klasse Horror. Dass hier jetzt sehr viele sind und das Ganze actionreicher ist, ändert meiner Ansicht nach nichts am Horror. Ja klar, jetzt haben wir die Marines mit den Waffen. Wir haben aber auch viele Aliens und es wird auch ein bisschen von der Lore erweitert mit der Königin und all sowas. Und das ist halt der Punkt. Wir wissen, wenn man den ersten Teil vorher gesehen hat, was ein Alien anrichten konnte, jetzt haben wir hier eine bewaffnete und ausgebildete Crew. Das wird auch ziemlich schnell klargestellt, durch die Anzahl der Aliens, egal. Und ich finde es halt geil, dass James Cameron hier so ein bisschen, ja, Counterpoints zum ersten Teil geschaffen hat. Das zum Beispiel statt die enge Nostromo, als hier diese Kolonie, die zwar auch enge Gänge hat und so, aber insgesamt weitflächiger ist. Dass man halt, ja, statt Klaustrophobie ein bisschen mehr die Weite hat. Dass man hier statt wirklich, ne, eine Bedrohung sehr, sehr viele hat. Und da sind schon Kontrastpunkte drin, die aber auch gut funktionieren. Und es ist halt einfach ein meisterhaft gemachter Film, ne, der halt auch wirklich genug im Horror verwurzelt ist, dass ich ihn hier dann tatsächlich auch in diese Liste reinnehme. Wie gesagt, TCM oder sowas habe ich ja nicht rausgenommen, weil es kein Horror ist. Oder nicht genug Horror hat, sondern weil es ganz knapp an anderen Filmen gescheitert ist. Also Aliens ist ein Meisterwerk, ich finde ihn großartig. Klasse besetzt, top gespielt, viele ikonische Gesichter dabei. Er hat einen saurohen Unterhaltungsverhältnis, er ist spannend, er hat wirklich auch düstere Szenen, er hat gut eingesetzte Schocks und er funktioniert einfach wunderbar. Na ja, so, dann kommen wir zu, aufmerksame Leute wissen jetzt, was gleich bald nochmal kommt. Jetzt kommen wir zu Platz 3. Ja, welcher ist es jetzt hier? Es ist Frankensteins Braut. Ne, und ja, hier reden wir wirklich von dem Original. Ich glaube 1935 war es, ach Gott, das ist jetzt wieder peinlich. Es steht hier so ständig. Naja, Frankensteins Braut. Und ja, der Original Frankenstein, wie die meisten Universal-Horror-Klassiker, richtig cool gemachter Film. Das Ding ist hier, eigentlich ja schon sehr frühes Sequel, dass diese später aufgestellte Sequel-Regel, die wir ja auch Scream kennen, muss immer höher, weiter, schneller gehen. Ja, check. Aber, sag mal, das Sequel kommt nicht ans Original heran, was dann immer so gerne behauptet wird. Hat der Film ja gleich, also sehr früh schon widerlegt. So toll der erste Film ist. Der zweite geht einfach nochmal tiefer auf einige Themen ein. Weil die Menschlichkeit des Monsters ist ja hier der entscheidende Punkt. Nicht, dass der Mad Scientist da irgendwas Totes reanimiert. Es ist halt wirklich auch die philosophische Frage, inwieweit ist das Monster ein Monster oder tatsächlich doch irgendwo ja vielleicht auch ein Mensch und vielleicht aufgrund seiner Situation bemitleidenswerter. Das spielt ja beim ersten Part am Ende auch eine große Rolle. Und das wird hier ja noch weitergeführt, dadurch, dass zum Beispiel jetzt hier die Braut mit ins Spiel kommt. Und unabhängig davon, dass er natürlich auf einer tiefen psychologischen Ebene durchaus sehr interessante Parts hat, die, wenn man darüber nachdenkt, wirklich auch einen gewissen Horror verbreiten, ist es natürlich hier vor allem auch wieder, wie das Ganze inszeniert ist von James Whale, die Kulissen, wie das Ganze zusammenspielt mit den ganzen Sets, wie es gebaut ist, wie das Ganze inszeniert ist. Das ist absolut erstklassig gemacht. Und das ist dann auch wirklich, ja, aus heutiger Sicht recht zahm, aber von den reinen Szenen her. Aber es ist richtig, richtig geniale Gruselatmosphäre, wie es aufgebaut ist. Und wie gesagt, wenn man dann über manche Themen mal wirklich nachdenkt, dann wird einem der Horror auch durchaus bewusst. Und deswegen hier großartig filmisch inszeniert, intelligent gemacht und wirklich ein Film, den man sich eigentlich immer wieder angucken kann. Und von daher einfach absolutes Meisterwerk. Und natürlich damit hier in der Liste auf Platz 3. Womit wir zu Platz 2 kommen, muss ich tatsächlich mir mal wieder angucken, aber Nosferatu. Ja, ich weiß, es kommen die ganzen alten Schinken, lasst mich. Eine Symphonie des Grauens. Und ja, nicht nur hier, dass das quasi die erste richtig große, berüchtigte Dracula-Verfilmung ist. Ist für mich tatsächlich auch die beste. Auch wenn hier natürlich einige Namen angepasst wurden und einige Orte und, naja, so ein Blinder mit Krückstock kriegt das mit, dass das eine Dracula-Verfilmung ist. Nein, was ich hier so absolut klasse finde, ich könnte jetzt so ein bisschen was wiederholen, was ich eben bei Frankensteins Braut schon erwähnt habe, wie die ganzen Sets in Szene gesetzt sind, wie sich das alles von der Atmosphäre her aufbaut. Hier, weil es ein Stummfilm ist, natürlich noch mal ganz besonders. Der Score, wie er eingebaut wurde. Ich muss mal gucken, es sind ja auch verschiedene Musik-Dings sogar drauf. Musik-Tracks, glaube ich. Das schafft schon eine ganz, ganz eigene und richtig schöne Horror- und Gruselatmosphäre. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Und es ist halt unterm Strich ja auch ein expressionistischer Film, weil das ganze Kino damals in Deutschland hatte sehr expressionistische Züge, was einfach wunderbar funktioniert hat. Es ist halt wirklich auch ein Film der Nachhalt. Und ich muss sagen, ich mag Horrorfilme. Mein Fokus in der Sammlung ist immer auch ein ganzes Stück weit mit Horror. So kann man sagen, ich liebe Horrorfilme. Das Ding ist, ich mag auch düstere Atmosphäre. Das Ding ist, ich grusel mich selten. Ich weiß die Atmosphäre zu schätzen und ich finde das richtig toll, aber ich grusel mich selten. Das ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die ich irgendwo gruselig fand. Einfach weil das Ganze, diese expressionistische Inszenierung, wie die Sets aufgebrotzt sind, wie das alles zusammenspielt. Gerade weil es ein Stummfilm ist und so alt auch wirkt. Weil es so alt ist. Kennt ihr diesen Effekt, den man hat, wenn man so alte Fotos aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel von Leuten sieht, wo die dann immer so ein bisschen creepy wirken? Diese ganze, das strahlt der Film komplett in seiner Atmosphäre aus. Und das ist wirklich, das schaffen wenige Horrorfilme, wirklich dieses Grundkonstrukt so rüberzubringen, wie ein altes Foto aus dem 19. Jahrhundert, wenn ihr das Ganze kennt. Manche Leute, das ist egal, das ist aber so. Dann denkt sich einfach, ihre Augen sind tot. Was soll das? Nein, aber das ist ein bisschen überspitzt jetzt. Aber wie gesagt, das hier, so wirkt der Film. Und gerade weil Max Schreck dann ja auch mit ein bisschen Make-up rumrennt. Es gab ja Ewigkeiten, hielt sich ja von bei manchen Leuten noch das Gerücht, der sah wirklich so aus. Nee, sah auch noch Max Schreck. Nein, aber wie das Ganze zusammenspielt, das hat einfach eine Horroratmosphäre, die, ja, wie gesagt, seinesgleichen sucht. Und deswegen, wenn jetzt hier Robert Eggers dieses Jahr, bin ich ja immer ein bisschen skeptisch, was ihn angeht. Der ist ein großartiger Regisseur, aber ich kann mit seinem Film nicht zwingend immer wirklich viel anfangen. Die sind immer gut, aber nicht unbedingt immer meins. Ich bin mal gespannt, wenn Eggers, dem ich das zutraue, dass der auch stilistisch Nosferatu in die Moderne holt, ohne den Stil des Originalen Nosferatu zu verraten ist. Traue ich ihm zu, dass das wird. Aber deswegen, Nosferatu ist halt, ich weiß, viele Leute immer bei stummfilmen, bei so alten Filmen schwarz-weiß, ich finde, wenn man sich da wirklich drauf einlässt und das Ding anmacht, richtig schüttelst, du es da, und dann wirklich nachts, und den Fernseher an und so, so eine Sogwirkung und Atmosphäre wie dieser Film, da kommen viele dieser anderen Werke, und da kommt kaum was ran. Also auch viele von diesen Werken, die ich absolut großartig finde. Und auch viele von diesen, die ich absolut großartig finde, die ich jetzt hier nicht erwähne, weil es halt eine Top-Tennis ist und keine Top-100. Kommt nicht auf Ideen. Ist der ganz, ganz weit oben. Und wenn es jetzt rein um den Horror-Part geht, wäre das sogar mein Platz 1. Aber, persönliche Präferenzen, es gibt einen anderen Platz 1, ihr habt ja schon gesehen, dass ich hier eben was umgepackt habe. Ich spare mir jetzt den Scherz mit Alien 3, obwohl ich den auch mag, der ist underrated. Ich finde das immer schade, dass man den immer so platt macht. Nein, natürlich der erste Alien. Einfach, weil es ist halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ja, im Bereich Horror, vieles, was ich beim zweiten Teil schon erwähnt habe, das Design des Xenomorphs ist so fucking ikonisch. Und das ist halt, das strahlt so viel aus, was auch wirklich purer Horror ist. Dann, wie das Ganze sich fortpflanzt, diese, ich sag mal, Zwangsbesamung, sag ich mal, durch den Facehugger. Dann, wie das Ganze dann, der Chestburst da rauskommt und wie das Ganze sich dann zusammen tut, das ist halt, möchte man gar nicht drüber nachdenken. Na, nur, was ich halt so absolut großartig finde, es ist halt auch wirklich diese Atmosphäre auf der Nostromo, die halt klaustrophobisch beengt ist. Auch wenn man sich jetzt hier ein bisschen das reinversetzt, natürlich wissen wir jetzt, wie das irgendwie funktioniert. Ich kann mir vorstellen, wie das damals war. Da hat das ja an gar keinem was gesagt. Und ich finde auch, der Film schafft das immer ganz gut. Wenn ich mir den reinhau, dann sitze ich da nicht und sage, denk mir jetzt, jetzt, schieß sie nicht an, der blutet Säure, mein Gott, Walter. Nein, der Film catcht einen so und holt einen immer gleich wieder so ab. Auch wenn man ihn schon 20 Mal gesehen hat, dass man immer noch mit drin ist und dann das vielleicht auch ein ganzes Stück weit ausblendet, dass man schon weiß, wie das Alien funktioniert. Und ich, wie gesagt, ich finde es absolut großartig, wie das Ganze inszeniert ist. Es ist spannend, es hat auch eine tolle Atmosphäre. Sigourney Weaver ist großartig als Alan Ripley und es ist einfach ein saugenialer Film, der wirklich von A bis Z meiner Ansicht nach absolut großartig und genial ist. und, ja, wie gesagt, einfach nur ein tolles. Und da gibt es auch nichts, was ich da kritisieren würde oder ähnliches. Da ist er einfach nichts. Und deswegen, er sticht Nosferatu ein kleines Stück aus, weil ich einfach Alien persönlich noch ein Stück lieber mag. Wie gesagt, Nosferatu tatsächlich etwas gruseliger, aber Alien, ja, natürlich mit Schockeffekten und wie das Ganze zusammenspielt, aus heutiger Sicht noch etwas einfach gutierbarer. Ich sage mal, Nosferatu ist kein Film, den man sich einmal die Woche reinziehen könnte. Oder einmal im Monat reinziehen könnte. Alien, wo könnte man das schon mal vielleicht machen. Es gibt aber so viele Filme, man muss immer so viel nachholen. Alles in Alien, bei mir auf Platz 1. Es ist wirklich mein Lieblingshorrorfilm. Nun gut, viele, viele Rechtfertigungen, viele fragwürdige Entscheidungen von dem hier. Jetzt interessiert mich natürlich, wie sehen eure Entscheidungen aus? Haut mir gerne die Kommentare, wie ihr ja meine Auswahl fandet. Bleibt bitte freundlich. Ich habe auch Gefühle. Und ja, wenn ihr jetzt natürlich eine eigene Liste aufstellen wollt, nach dem Motto, was du da sagst, ist Bullshit. Hier, so sieht das aus. Könnt ihr gerne machen. Wenn ihr jetzt keine Top 10 auf die Schnelle für so einen Kommentar zusammenstellt. Wie gesagt, macht eure drei Lieblingsfilme. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich glaube, einige Leute werden nicht ganz eingestanden sein, mit dem, was ich hier gemacht habe. Aber gut, das ist ja auch persönlicher Geschmack, ist ja auch immer schön. Wäre langweilig, wenn wir alle denselben Geschmack hätten. Und wenn man diskutiert, man kann ja auch mal vernünftig mit den Augen gehen. Wir sind ja alles Filmfans und Horrorfilmfans. Vielleicht nicht jeder Horrorfilmfan, aber alle Filmfans. Ja, und ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz einiger, vielleicht fragwürdiger Ansichten, eurer Ansicht nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.